Erpotok, ein Dorf in Ungarn. Hier regiert ein Bürgermeister, der von der deutschen Wehrmacht schwärmt. Er sagt im Dorf, wo es lang geht. Wer keinen Job hat, wird in eine Arbeitsbrigade gesteckt, sonst wird ihm die Sozialhilfe gestrichen. Wer aufbegehrt, bekommt Ärger. Minderheiten werden schikaniert und wer in Ungnade fällt, dem nimmt die Obrigkeit das Kind weg. Der Bürgermeister spricht vom Modell von Erpotok und das soll ganz Ungarn erobern. Das ist Mihai Sultan Oros. Eineinhalb Jahre haben wir den Bürgermeister von Erpotok begleitet. Einen Mann, für den es nur zwei Sorten Menschen gibt. Erbauer und Zerstörer. Wenn jemand die Ordnung stärkt, ist er Erbauer. Wenn jemand die Ordnung untergräbt, zersetzt und schwächt, nennen wir das Zerstörend. Oros sieht Ungarn durch eine Verschwörung bedroht. Das Finanzkapital und die Juden spielen dabei eine große Rolle. Als er im vergangenen Jahr Figuren von Benjamin Netanyahu und Shimon Peres auf dem Dorfplatz hingerichtet hat, erregte das weltweit Aufsehen. Ungarn und alle anderen EU-Staaten sind brutal besetzte Staaten. Es gibt ein Netzwerk, das von Freimaurern betrieben wird. Und von diesem weltweiten Netzwerk, das die gesamte Welt kolonisieren will, ist auch Ungarn besetzt. Oros zeigt sich gern in traditioneller Kleidung. Das hier ist eine angeblich uralte Tracht. Die Werte der pädophilen, homosexuellen, amerikanischen Modediktatoren sind ganz andere als unsere. Die wollen, dass wir abgenutzte Jeans und umgedrehte Baseballmützen anziehen. Wenn wir uns auch so kleiden, dann verschwindet das, was unsere Ahnen hinterlassen haben. Es wäre zu leicht, Oros als Spinner abzutun. Denn seine Weltsicht hat im Dorf echte Konsequenzen. Vor allem für die, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Die müssen in eine gemeinnützige Arbeitsbrigade. Oros nimmt uns mit zur morgendlichen Arbeitszuteilung. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Männer geben Frauen nicht die Hand. Wir erwarten, dass diese Leute einen anständigen Job machen. Und wer seinen Job gut macht, dem helfen wir auch und geben ihm eine gute Arbeit. Aber wenn wir jemanden finden, der sich hängen lässt und eine zerstörerische Einstellung an den Tag legt, den werfen wir sofort raus. Christian und die anderen, nehmt euch eine Schaufel und legt los. Ihr müsst den Bürgersteig vom Dorfplatz bis zum Friedhof sauber fingen. Dass Gemeinden Sozialhilfeempfänger zu kommunaler Arbeit verpflichten können, hat die Regierung per Gesetz ermöglicht. Die Arbeiter werden regelmäßig dabei kontrolliert. Auf Alkoholkonsum. Fegt das schön sauber. Micky, komm mal her. Wenn ich sage pusten, dann pustest du. Pusten. Weiter pusten. 0,0. Pusten. Weiter pusten. Pusten. Okay. Nee, oft habe ich nicht. Ja, auch null. Die Mitarbeiter des Bürgermeisters fahren mit uns zu einer anderen Gruppe. Sie soll im Wald Holz schlagen. Was ist los? Die Kettensäge ist kaputt. Ich ziehe und ziehe, aber... Zieh weiter. Die muss ich aufwärmen. Das Holz wird von der Gemeinde als Brennholz verwendet oder verkauft. Etwa 75 Euro im Monat bekommen die Männer und Frauen für die Arbeit. Dazu 75 Euro Sozialhilfe. Das ungarische Durchschnittsgehalt liegt bei gut 500 Euro. Wer nicht mitmachen will, dem kann die Sozialhilfe bis zu drei Jahre gestrichen werden. Videoaufnahmen des Bürgermeisters zeigen, was jemandem widerfährt, wenn er sich wehrt. Ich entscheide, wer wohin geht. Ich teile die Jobs ja bewusst zu. Jani? Lass mich in Ruhe. Ich habe dir gesagt, ich mache jede Arbeit, aber ich werde keinen Müll sammeln. Warum? Weil ich das nicht will. Dann kommst du mit ins Büro. Ihr anderen, ihr geht zu eurer normalen Arbeit. Wer glaubst du, bist du eigentlich? Hey, ich habe nur gesagt, dass du mal herkommen sollst. Tu die Kamera weg, du Arsch. Reis dich mal zusammen. Ich will mich nur mal mit dir unterhalten. Wenige Tage später. Der Bürgermeister hält Gericht über Jani. Ich werde jetzt mal zeigen, wie die Dinge hier bei uns funktionieren und wie das Modell von Airportalk in der Praxis aussieht. Wir haben heute Gäste, die sollen sich das mal anschauen. Dieser arbeitsrechtliche Streitfall wird gelöst, indem wir die Anstellung fristlos beenden. Außerdem streichen wir die Sozialhilfe für ein Jahr. Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik. Egal, um wen es geht, so ein Benehmen wird nicht toleriert. Wer irgendetwas sagen möchte, der soll jetzt sprechen. Und ich möchte hören, was Jani zu sagen hat. Ich hatte schlechte Laune an dem Tag. Das kann doch jedem mal passieren, dass man mit dem falschen Fuß aufsteht. Ist das etwa ein vorbildliches Verhalten? Ist doch egal, was wir denken. Es zählt doch nur, was du entscheidest. Das stimmt, aber ich will hören, was ihr zu sagen habt. Wir bauen doch hier ein Team auf. Es zählt doch eh nur, was du entscheidest. Ja, aber es geht darum, dass wir die Regeln des Zusammenlebens lernen. Wir wollen, dass ihr ein vorbildliches Team werdet. Jetzt lass mich schon die Kündigung unterschreiben. War dein aggressives Verhalten eine gute Idee? Nein. Nein? Nein, nein. Ein Jahr bekommt Jani die Sozialhilfe gestrichen. Eine harte Maßnahme. Die Strafe liegt im Ermessen des Bürgermeisters. Die Sozialgesetze der Auban-Regierung geben ihm diese Macht. Einige Zeit später. Unterwegs mit den Feldwächtern. Sie sind eine Art Hilfstruppe des Bürgermeisters und handeln unabhängig von der Polizei. Wieg mal da rechts ab. Was machen wir mit der da? Ruf mal die Polizei. Die hat Holz geschlagen. Wo hast du das Holz her? Da hinten aus dem Wald. Hast du eine Genehmigung, das Holz zu schlagen? Ich habe doch nur einen umgestützten Baum klein gesägt. Ohne Genehmigung ist Holz schlagen Diebstahl. Eine Roma-Frau bringt ein paar Äste aus dem Wald. Für die Feldwächter ist der Fall klar. Holzdiebstahl. Sie rufen die Polizei. Hallo, hier ist Feldwächter Christian Ohrlach. Wir sind gerade... Hallo? Eine Frau schiebt hier ein Fahrrad mit Holz lang. Was sollen wir machen? Die Frau erwartet eine empfindliche Geldstrafe. Und falls sie wiederholt auffällt, droht ihr Gefängnis. Wir klären das auf. Mein Kollege wird schon mal das Revier informieren. Okay, dann fahren wir jetzt. Auf Wiedersehen. Schieb dein Fahrrad weg, damit wir vorbei können. Dass sie sie auf die Wache mitgenommen haben, wird einen abschreckenden Effekt auf andere haben. Hoffentlich tut die Polizei ihr Bestes. Der Bürgermeister wird sich freuen. Bestimmt. Einige Monate später. Im Bürgermeisteramt trifft sich das nationale Netzwerk des Erpotacker-Modells. Lokalpolitiker aus anderen Teilen Ungarns, die von den Methoden des Bürgermeisters lernen wollen. Valeria Uri ist Sozial- und Familienbeauftragte der Gemeinde und Lebensgefährtin des Bürgermeisters. Sie klagt über die Probleme mit den Roma. Die Zigeuner sondern sich von uns ab. Wir machen das nicht. Sogar die Kinder der Zigeuner sondern sich ab. Wir machen das nicht. Eltern bringen dreckige Kinder in die Schule. Kinder, die mit Verlaub stinken. Damit müssen wir uns hier herumschlagen. Die Ungarn dagegen, so lernen es hier schon die Kinder, sind ein auserwähltes Volk. Bürgermeister Oros hat verfügt, dass im Kindergarten patriotische Lieder angestimmt werden. Hier schmeißt die ungarische Kultur die Gemeinschaft zusammen. Andere glauben, das sei schlecht oder schädlich. Die ermutigen dagegen die Zigeuner, dass sie ihr Zigeunertum ausleben. Aber wir sind hier in Ungarn, im ungarischen Kulturraum. Und Kultur hilft bei der Entwicklung der Gemeinschaft. Volkskultur und Spiele schweißen die Gemeinschaft zusammen. Erziehung, die das Nationale betont, hilft, eine gesunde Identität und Patriotismus zu entwickeln. Einige Zeit später. Wieder sind wir in Erpotok. Bürgermeister Oros hat uns zum Heldengedenktag eingeladen. An diesem Tag gedenken er und seine Gefolgsleute der Gefallenen der ungarischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Und ihrer Verbündeten. Der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS. Als Europa durch das gottlose kommunistische Imperium angegriffen wurde, die Sowjetunion, da haben sich das deutsche und das ungarische Volk in einem internationalen Pakt zusammengeschlossen, um die verheerende kommunistische Macht zu bekämpfen. Dieselbe verheerende und subversive Kraft nennt sich heutzutage Liberalismus. Bürgermeister Oros steht der rechtsextremen Jobig-Partei nahe, ist aber kein Mitglied. Viele der Besucher an diesem Tag sind von weit her angereist. Jelszabung ne hagyd magad, ha még a régi honvéd vagy, védd meg a legszebb hazád. Bajtárs ma még táncsak öt perc az élet, öt perc is nincsen tovább. Am Abend geht's weiter. Zu den Klängen deutscher Lanzer-Lieder hält Oros, der ehemalige Mathematiklehrer, eine Ansprache. Ende 1944 hatte die Rote Armee Budapest eingekesselt. 30 Kilometer von der Stadt entfernt wurde ein enger Blockadering gezogen. Der deutsche Kommandant General Pfeffer Wildenbruch wählte die riskanteste Option, einen Ausbruch. Ein Mann des Kriegs und ein Soldat, der sich seinem Eid verpflichtet fühlt, wird nicht aufgeben, ohne den Sieg errungen zu haben. Er mag sterben, aber er wird niemals aufgeben. Die Operation begann am 19. Februar. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Verteidiger bereits die Hälfte ihrer Stärke eingebüßt. Sie waren nur noch 44.000 Mann. Die Hälfte Ungarn, die Hälfte Deutsche. Sie bereiteten sich auf die finale Schlacht vor. Nur 16.000 Mann gelang es, die Grenze von Buda zu erreichen. Die Rote Armee nahm 20.000 Mann gefangen. 60.000 tapfere Soldaten wurden im Kampf getötet. Um sie gebührend zu ehren, müssen wir ihren übermenschlichen Heldenmut anerkennen. Spielt ihnen zu ehren die deutsche Nationalhymne. Spielt ihnen zu ehren die neue Heroes. Spielt ihnen zu ehren die Schuss. Eine Feier wie diese? Eigentlich auch in Ungarn illegal. Ein großes Interesse, solche Umtriebe zu unterbinden, scheint die Regierung jedoch nicht zu haben. Wir gedenken dieser Männer mit einem lang vergessenen militärischen Ritual. Einheiten der königlichen ungarischen Armee. Die Frauen und Kinder, die von den roten sowjetischen Horden vergewaltigt und ermordet wurden. Wir fahren nach Budapest. Hier regiert die erzkonservative Fidesz-Partei von Viktor Orban. Und die rechtsradikale Jobik-Partei liegt auch schon über 20 Prozent, so Umfragen. Wir treffen den Politologen Attila Juhas. Für ihn kein Zufall, dass die Regierung das Modell von Erpotok toleriert. Man kann sagen, dass die Politik von Fidesz immer mehr nach rechts driftet. Die Partei übernimmt Themen der Rechtsextremen. Auf der einen Seite probiert die Partei damit Jobik in Schach zu halten, auf der anderen Seite legitimiert sie deren Themen und Programm. Was sagt die Regierung zu den Vorwürfen? Wir treffen Orbáns Sprecher. Einen Rechtsruck will er nicht erkennen. Ungarn driftet mal irgendwo hin. Ungarn ist da, wo es immer schon war. In der Mitte Europas. Und Fidesz ist eine christdemokratische Partei. Unsere Regierung ist eine, ja, eine Regierung der Mitte. Doch das klingt ganz anders, wenn man seinem Chef zuhört. Ministerpräsident Orban bewundert Russland und China für ihren Wirtschaftserfolg. Und er spricht ganz offen davon, dass er einen nicht-liberalen Staat in Ungarn schaffen möchte. Eine Demokratie muss nicht unbedingt liberal sein. Ein Staat kann eine Demokratie sein, ohne liberal zu sein. Der neue Staat, den wir in Ungarn erbauen, ist ein illiberaler, ein nicht-liberaler Staat. Der neue Staat, er zeigt sich auch in den Monumenten, die in Budapest aus dem Boden schießen. Dieses etwa hat die Regierung selbst errichten lassen. Es zeigt Ungarn als unschuldiges Opfer der deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg. Mit Flugblättern und Blumen protestieren viele Bürger gegen diese Geschichtsklitterung. Tatsächlich war Ungarn unter dem autoritären Regime von Miklos Horthy mit den Nazis verbündet und half bei der Vernichtung der Juden. Inzwischen errichten rechte Gruppen immer mehr Horthy-Statuen. Die Regierung toleriert das. Der politische Wandel, den wir in Ungarn beobachten, ist nicht nur charakteristisch für Menschen, die politisch rechts stehen, sondern er genießt eine breite gesellschaftliche Unterstützung. Auch die Pressefreiheit ist stark eingeschränkt worden. Im Ranking von Reporter ohne Grenzen steht Ungarn nur noch auf Platz 64. Zurück in Erpotok. Unterwegs mit Bürgermeister Oros, auf dem Weg zu einer Aktion seines Netzwerks. Wir sind auf dem Weg. Sollen wir in Levelek abbiegen? Ja, und dann weiter nach Nuttgallo. Okay, wir fahren jetzt raus aus Erpotok. Okay. Wiedersehen. Wir fahren in ein Dorf, in dem fast nur Roma leben. Mitglieder des Nationalen Netzwerks haben hier etwas entdeckt. Lass uns schnell da rüber, bevor Sie es wegmachen. Das Kabel läuft da lang. Passt auf, dass Sie es nicht wegmachen. Wir gehen dahin, wo die Straße eingeschnitten wurde und rufen die Polizei. Ihr passt hier auf. Polizei? Hallo, ich bin der Bürgermeister von Erpotok. Wir sind in Kozaitonjo. Das ist in den Außenbezirken von Kalosemien. Wir haben einen Stromdiebstahl entdeckt und möchten, dass die Polizei aktiv wird. Was haben Sie entdeckt? Einige Privathäuser haben mit ein paar selbst gebastelten Kabeln die Hauptstromleitung angezaft. Das nennt sich illegale Aneignung von Elektrizität. Das ist eine Straftat oder zumindest eine Ordnungswidrigkeit. Ich bin sicher, dass Sie und der Stromanbieter diese Sache untersuchen sollten. Wir bitten Sie darum, hier aktiv zu werden. Wir warten hier. Stromdiebe. Fehlt nur noch die Polizei. Sie stehlen Strom. Nein, wir nicht. Wir stehlen keinen Strom. Dann kommt die Polizei. Bürgermeister Oros ist ungeduldig. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben jetzt 13 Minuten gebraucht, um zu kommen. Aber das ist okay. In einer anderen Stadt hat das 39 Minuten gedauert. Sie sind der Bürgermeister von Erpotok? Ja. Was wir jetzt machen können, wir werden zu den Häusern gehen, die illegal angeschlossen sind. Wir befragen die Bewohner, wie und wann sie die Kabel installiert haben. Und über ihre Elektrogeräte. Und dann schreiben wir eine Mitteilung an E.ON, den Stromanbieter. Und E.ON wird das innerhalb der nächsten 30 Tage klären. Nein, das muss jetzt geklärt werden. Wenn nötig, mache ich das. Das Werkzeug habe ich dabei. Wir gehen hier nicht weg. Da sind drei Stellen, wo die Kabel noch nicht mal isoliert sind. Sie müssen jetzt bei E.ON anrufen. Schauen Sie, wo das Kabel angebracht ist. Ich weiß. Es ist also nichts Neues für Sie. Leider sehen wir so etwas jeden Tag. Die Polizei scheint es erstmal nicht besonders eilig zu haben. Im Modell von Erpotok tolerieren wir es nicht, wenn jemand nicht kooperiert. Für uns gehören die da in die Kategorie Zerstörer. Bürgermeister Oros ist unzufrieden. Er ruft einen ihm bekannten Kripo-Beamten zu Hilfe. Der möchte zwar nicht gefilmt werden, tut aber genau das, was Oros verlangt. Wir werden jetzt das ganze Dorf absperren. Ich habe auch noch mehr Kriminalbeamte angefordert, um alles offiziell und mit Fotos zu dokumentieren. Und wir werden das als Straftat und nicht bloß als Ordnungswidrigkeit verfolgen. So ist es gut. Sie haben jetzt das gesamte Dorf zum Tatort erklärt. Wir sollen da rüber gehen, außerhalb des Polizeibereichs. Ein massiver Polizeieinsatz in der Roma-Siedlung. Ein Erfolg für das rechte Netzwerk. Frag mal den Polizisten, ob er ein Foto von uns machen kann. Einige Monate später. Wir treffen einen der wenigen, die offen Widerstand leisten. Gabor Söleschi von der Bürgerrechtsorganisation TOS. Ich habe erst ehrenamtlich gearbeitet, aber als die Lage in Erpatok völlig verrückt wurde und der Rassismus dank der Aktionen des Bürgermeisters immer stärker wurde, haben sie für mich eine volle Stelle geschaffen. Die meisten unserer Klienten sind Roma. Nicht, weil sie kriminell wären, sondern weil sie am schwächsten sind. Sie werden viel eher von der Polizei belästigt, zum Beispiel durch besondere Kontrollen. Söleschi wohnt mit seiner Mutter zusammen. Für sein Engagement ist ihm die Wallenberg-Medaille verliehen worden. Ein ungarischer Menschenrechtspreis. Ich habe rund um die Uhr zu tun. Die Leute kommen sogar am Wochenende und nachts. Die Leute in Erpatak werden erpresst. Sobald ihre Kinder so groß sind, sagt man ihnen, wenn ihr nicht gehorcht, nehmen wir euch die Kinder weg. Der Bürgermeister hat gesagt, um die Zerstörer zu bekämpfen, müssen Polizei, Feldwächter und Jugendamt zusammenarbeiten, um etwas Belastendes zu finden, damit die Leute entweder wegziehen oder man sie ins Gefängnis werfen kann. Der sagt das ganz offen. Ja, genau. Das ist die Essenz des Modells von Erpatak. Strikte Maßnahmen gegen die Zerstörer. In den Jahren 2010 und 2011 wurden allein 30 Kinder aus ihren Familien genommen. Das sind 10 Prozent aller Minderjährigen in Erpatak. Und es ist ganz egal, welche Rasse oder Einkommen die Familien hatten. Wir treffen einen Mann, der offenbar Opfer dieser Willkür wurde. Jozef Cismadia hatte Streit mit dem Bürgermeister. Mit üblen Folgen, wie er uns erzählt. Mein Kind wurde mir weggenommen. Illegal. Ohne gerichtliche Anordnung. Und jetzt werfen sie mir alles Mögliche vor. Ich habe gekocht, gewaschen, sauber gemacht. Ich habe mich hier um meine gelähmte Mutter gekümmert. Meine Frau hatte Krebs, mein Vater war Alkoholiker. Ich habe alles hingekriegt. Ich musste meinen Job aufgeben, um mich um meine kranke Mutter zu kümmern. Und meine Frau ist vor zwei Jahren gestorben. Und dieser Bürgermeister. Dieser Bürgermeister ist ein Psychopath. Er bittet uns in die Wohnung. Hier sind ihre Spielsachen. Die haben wir geschenkt bekommen. Lego und sowas. Ihre Sachen sind frisch gewaschen. Das ganze Dorf vermisst sie. Der Bürgermeister und die Leute vom Jugendamt. Das sind Terroristen. Die Leute vom Jugendamt haben unglaubliche Sachen behauptet. Etwa, dass ich sie sexuell missbraucht hätte. Diese Leute haben sich Lügen ausgedacht. Und die Beamten von der vorgesetzten Stelle des Jugendamts in Nocicalo waren noch nicht mal hier. Er hat den Bürgermeister immer wieder um Arbeit angefleht, damit er ihm nicht sein Kind wegnimmt. Aber dann hat das Jugendamt auf einmal gesagt, das Kind entwickelt sich nicht altersgerecht oder das Haus ist dreckig. Und dann haben sie ihm das Kind einfach weggenommen. Die Lebensgefährtin des Bürgermeisters, Valeria Uri, kam mit den Leuten vom Jugendamt. Als wir Einspruch gegen diese illegale Aktion eingelegt haben, hat die Zentralstelle des Jugendamts das Kind wieder zurückbringen lassen. Wie alt ist Ihre Tochter? Sie ist neun. Schließlich findet Cez Madia eine Arbeit. Doch das Jugendamt lässt nicht locker. Sie haben das Mädchen dann einfach aus der Schule geholt. Die Kleine hat sich natürlich gewehrt. Sie hat geschrien. Und Josi hat genau gegenüber von der Schule gearbeitet. Und musste mit ansehen, wie sie seine Tochter weggeholt haben. Und er konnte nichts tun. Alles ohne rechtliche Grundlage. Dann haben sie diese Sache mit dem sexuellen Missbrauch behauptet, wofür sie überhaupt keine Beweise haben. Sie haben einen Termin für eine medizinische Untersuchung festgesetzt. Für November. Ein Jahr, nachdem das angeblich passiert sein soll. Ich bin mal gespannt, wenn sie bei der Untersuchung nichts finden. Zahlen sie ihm dann eine Entschädigung für ein Jahr Trennung? Und jetzt ist sie bei einer Pflegefamilie? Ja, eine alleinstehende Frau und ihre Mutter. Und meine Tochter und ihr Sohn müssen sich ein Zimmer teilen. Gibt es da einen Ehemann? Nein, gibt es nicht. Ist das überhaupt legal, einem Kind bei einer alleinstehenden Frau in Pflege zu geben? In Ungarn ist alles möglich. Pflegefamilien, das ist ein Geschäft geworden in Ungarn. Pflegeeltern bekommen etwa 230 Euro, wenn sie ein Kind aufnehmen. Die Menschenrechtler haben noch weitere solche Fälle dokumentiert. Bürgermeister Oros rechtfertigt sich. Es sei darum gegangen, Kinder aus verwahrlosten Familien zu holen. Viel lieber möchte er uns aber etwas anderes zeigen. Wie sich seine Idee im ganzen Land ausbreitet. Denn immer mehr Gemeinden in Ungarn haben sich seinem nationalen Netzwerk angeschlossen. Wir fahren mit ihm in 70 Kilometer entfernte Konya, zum dortigen Bürgermeister Silat Vick. Auch ihm scheinen besonders die Roma ein Dorn im Auge. Er will Flugblätter verteilen, auf denen er die Roma zu Ordnung, Sauberkeit und respektvollem Verhalten auffordert. Ich wohne da, und dort hinten ist das Viertel, wo die Zigeuner wohnen. Bisher haben sie sich nicht sonderlich angepasst. Sie sind immer mitten auf der Straße gegangen. Aber inzwischen gehen sie auch auf dem Gehweg. So wie ich das von allen Einwohnern im Dorfverlange. Ich als Bürgermeister gebe ihnen das Beispiel. Und es sind immer mehr, die dem folgen. Wenn mich die Zigeunerkinder hier sehen, dann springen sie immer schnell über den Graben und gehen auf den Gehweg. Hallo, guten Tag. Haben Sie diese Normen des Zusammenlebens bekommen? Nein? Na, dann gebe ich euch ein Blatt. Die da sind vom deutschen Fernsehen. Hier lag hier eine Menge Müll rum. Vielleicht sagen Sie ein paar Sätze, was für Bitten ich in den letzten Wochen hier an Sie hatte und wie Sie dazu stehen. Dass wir aufräumen und den Müll aufsammeln. Wie haben die Leute reagiert? Wir haben den Müll aufgesammelt. Die meisten Roma wirken eingeschüchtert. Bei dieser Familie gibt es Ärger. Als sie das Fernsehteam und die beiden Bürgermeister sieht, fängt ein Mädchen an zu lachen. Für sie, Ladwig, respektloses Verhalten. Woher kommt das Mädchen? Hier aus Konya? Ich? Wo kommt die her? Von den Nachbarn. Hier mangelt es an Respekt. Sie haben ja gesehen, wie diese Dame sich benommen hat. Dieser Vater hier weiß ja eigentlich, wie es richtig geht. Aber der da hinten hat offenbar ein paar Kinder, die er noch nicht richtig erzogen hat. Die Männer ziehen weiter. Keine Ahnung, was los war. Vielleicht passt ihm mein Gesicht nicht. Es gefällt ihm einfach nicht. Vielleicht, weil ich Zigeunerin bin? Das machen Sie hier mit Zigeunern. Die nächste Station. Eine Arbeitsbrigade nach Erpotocker Vorbild. Unterholzhacken. Fast alle der Männer sind Roma. Bürgermeister Oros ist sichtlich stolz, dass sein Modell hier umgesetzt wird. Früher war es so, dass es viele Arbeiter gab, die den halben Tag rumgesessen haben und nicht arbeiten wollten. Jetzt haben sie begriffen, dass sie konstant arbeiten müssen. Doch der Bürgermeister von Erpotock ist eine Reizfigur. Ich habe über sie gehört. Wer sie sind. Was sie sind. Was haben sie gehört? Im Fernsehen. Oh je. Sprechen wir offen? Ja, offen. Er hasst die Zigeuner und ist Rassist. Unseren Bürgermeister hier kenne ich anders. Ich kenne ihn von Kindheit an. Jeder kennt ihn. Er ist nicht so aufgewachsen. Das wissen alle hier. Also, es geht einfach darum. Lassen Sie ihn hier im Dorf führen. Er hat die Wahl gewonnen. Ein Wildfremder soll sich hier nicht einmischen. Niemand. Warum bin ich hier? Ungarn ist meine Heimat. Ich liebe meine Heimat. Deshalb interessiert mich, was hier passiert. Und das, was Sie über Ihren Bürgermeister sagen, sagen auch die Zigeuner in Erpotock. Nämlich, dass ich kein Rassist bin. Nur diese liberalen Medien, die Ungarn-Hasser-Medien, die Ungarn zerstören wollen, die lügen es Ihnen vor. Und Sie glauben es? Wir fahren weiter in eine andere Stadt, in der die Rechtsextremen Fuß fassen konnten. Ost, im Nordosten Ungarns. Nach der Wende musste das örtliche Stahlkombinat schließen. Seitdem leidet die Region unter massiver Arbeitslosigkeit. Die Parolen der rechtsradikalen Jobik-Partei kommen bei den Menschen hier gut an. Sie machen die liberalen Politiker in Budapest und die Roma für alle Probleme verantwortlich. Der neue Bürgermeister David Janitschak ist gerade 28, aber schon ein Star der Rechten. Wir verteilen das Magazin von Jobik, Orikad. Hier sind meine Kollegen, der stellvertretende Bürgermeister, die Stadtverordneten. An die Damen verteilen wir weiße Nelpen, als Symbol des Zusammenhalts. Diese alte Frau ist Wahrsagerin. Sie hat mir auch weiß gesagt, dass ich Bürgermeister werde. Ja, ich habe es vorausgesagt. In erster Linie muss das Minderheitenproblem gelöst werden. Darüber darf man ja hier nicht so reden. Also das Zigeunerproblem und Arbeitsplätze. Im Fernsehen kann man ja jeden Tag die Zigeunerkriminalität sehen. Dass Janitschak das löst, das erwarten wir von ihnen. Man weiß gar nicht mehr, wer hier mit wem unter einer Decke steckt. Alle betrügen und die jetzt an der Macht sind, das sind die Schlimmsten. Erwarten Sie von Jobiks Veränderung? Ich habe für Jobiks gestimmt, weil sie das ändern werden. Ich bete sie an. Alle in unserer Familie mögen sie. Weiße Nelken für ein Saubermann-Image. Mit dem umstrittenen Bürgermeister von Erpotok will David Janitschak nicht gefilmt werden. Doch seine Parolen sind die gleichen. Im Regal Bücher über das jüdische Finanzkapital. Und wie der Bürgermeister von Erpotok spricht auch Janitschak von Erbauern und Zerstörern. Es gibt solche verarmten Schichten, die schon ihre Vorfahren nicht haben arbeiten sehen, sondern nur, dass sie von Kriminalität leben. Es ist kein Geheimnis, dass das für Zigeuner charakteristisch ist. Nicht für alle. Auch unter ihnen gibt es solche, die Erbauer sind und ein nützliches Leben für die Gesellschaft führen wollen. Unter denen haben die meisten für mich gestimmt, also unter den Erbauern. Die Zerstörer unter ihnen haben sich bis heute nicht in die Stadt eingefügt. Auch in Ost setzt man auf Law and Order, geht sogar noch weiter als in Erpotok. Obwohl die verwahrloste Stadt an vielen Stellen Geld gut gebrauchen könnte, investiert die Verwaltung lieber in ein Kameraüberwachungssystem. Gabor Fodor, Chef des Ordnungsamts, führt es stolz Bürgermeister Janitschak vor. Man kann hier reingucken, automatisch ranzoomen. Nachts sieht man dann aber nur das Licht in den Zimmer. Viele der Kameraanlagen verfügen zusätzlich über Lautsprecher. So können Unruhestifter direkt vom großen Bruder per Telefondurchsage ermahnt werden. Etwa wenn jemand eine Zigarette wegwirft. Für den Chef des Ordnungsamts ist das eine ganz tolle Sache. Wenn jemand eine Ordnungswidrigkeit begeht und über Lautsprecher aufgefordert wird, sein Verhalten einzustellen, dann wird er vorgeführt. Und er schämt sich. Und solche Personen verhalten sich dann oft nicht mehr regelwidrig. Insofern hat dieses System auch einen Erziehungseffekt auf die Bürger. Überwachung ist nötig, findet auch der Bürgermeister. Vor allem wegen der Roma. Wir fahren jetzt nach Bansalas, Außenwohnviertel von Ost. Da wohnen nur Zigeuner. Da kann man sehen, wie sie einen Stadtteil komplett zerstören. Sie wohnen in kommunalen Wohnungen. Das heißt, sie haben öffentliches Eigentum zerstört und völlig kaputt gemacht. Die Sozialpolitik wurde Anfang der 1990er so geändert, dass es sich lohnte, von Kindern zu leben, wegen des Kindergelds. Je mehr Kinder, desto mehr Sozialleistungen bekam man. Die Zigeuner haben sich damit eingerichtet. Gemeinsam mit der Polizei führt uns Janiczak durch das Roma-Viertel. Am verwahrlosten Zustand der Sozialwohnungen seien die Roma selbst schuld, sagt er. Doch als arbeitsscheu wollen sich die Bewohner nicht bezeichnen lassen. Alle, die wir an diesem Tag treffen, beteuern, sie würden sehr gerne arbeiten. Doch als Roma hätten sie es schwer, überhaupt Jobs zu bekommen. Ich würde auch im kommunalen Arbeitsprogramm arbeiten, da gibt es aber nichts. Doch, man kann sich bewerben. Man wird aber nicht genommen. Mein größter Wunsch ist, dass ich eine regelmäßige Arbeit bekomme. Ich bin zurzeit auf einem landwirtschaftlichen Lehrgang, aber ich weiß nicht, ob das danach klappt. Dennoch, für den Bürgermeister ist die Roma-Siedlung ein Schandfleck, den er lieber heute als morgen beseitigen würde. Diese Leute müssen gezwungen werden, normal zu leben, durch Überwachung, mehr Patrouillen, durch Aufforderungen und Verwarnungen, durch Strafen. Wer trotzdem nicht Folge leistet und sich nicht integriert und anpasst, der muss sein Haus verlassen. Ungarn. Ein Land aus der Mitte Europas, auf dem Weg nach rechts. In vielen Dörfern folgen die Menschen schon bereitwillig den Ideen der Rechtsradikalen. Ein letzter Besuch in Erpotok im Frühjahr. Wir treffen diese jungen Leute beim Kampfsport, eines der Sportprogramme, die Bürgermeister Orus gestartet hat. Marte Krischström ist ein entfernter Verwandter des Bürgermeisters und einer seiner größten Fans. Die Geschichte hat mich gelehrt, sei Ungar, sei ein stolzer Ungar. Was denkst du über den Bürgermeister? Er ist ja mit mir verwandt und naja, wie soll ich das ausdrücken? Er ist mehr als nur ein Bürgermeister. Er hat alles gemacht. Er hat das Modell von Erpotok entwickelt. Ich bin stolz darauf. Ich folge seiner Lehre sehr gewissenhaft. Was ist denn das Wichtigste an dem Modell? Gerechtigkeit. In einem Wort Gerechtigkeit. Das bedeutet das Modell von Erpotok für mich. Ich möchte ja auch mal Bürgermeister werden. Das ist mein Ziel im Leben. Was denken Sie denn über das Modell? Es ist ein interessantes Modell. Aus einer ausländischen Perspektive? Ja, es ist sehr interessant. Ein Bürgermeister wie er ist selbst in Ungarn ungewöhnlich. Es gibt noch andere wie ihn. Und es wird noch mehr geben. Und es wird noch mehr geben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.